Wo kann ich hin? Wo muss ich hin? Ich kann ja eigentlich ja nur noch zu einer Welt, und zwar da links zu Toy Story, ne? Scheint so, glaub ich zumindest. Ja gut, dann geh ich mal da hin, wa? Was ist denn das? Kampfstätte? Hm. Da will ich mal vorbeifliegen, wenn ich da hinkomme. Ja, das war übrigens grad das Ding, was ich gerade fliegen tue. Glaub ich zumindest. Ach ja, und da war übrigens noch so eine komische, riesige Staubkugel, da sollte ich auch noch hinfliegen. Ich weiß nicht, was da ist, aber auf jeden Fall soll da wohl ein Gegner sein, der mal eben fünf Sterne hat oder so, oder fünf Herzen? Fünf Sterne, glaub ich, war es. Mal gucken, was das für einer ist. Ja, oder die, da haben wir ja auch schon die olle Staubkugel. Ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund werden hier irgendwelche Meteorien rein teleportiert. Kann ich da eigentlich schon rein? Ah, kann ich. Zerstöre die Kometenraube. Ja klar, kein Problem, mach ich doch gerne. Ähm. Wenn ich gerade 20.000 Effekte irgendwie durch die Gegend fliegen würden, die meine Sicht komplett hindern, dann doch gerne. Dann doch gerne. Ja klar, jetzt fliegst du noch zu einem anderen Mini-Planeten oder was? Oh Gott, nur merkwürdige Dune-Raupe. Oh, echt jetzt? Ich kann mich ja irren, aber habe ich von dir überhaupt Gesundheit großartig abgezogen? Das sieht nämlich gerade so aus, als wenn das irgendwie nicht der Fall wäre. Oder hast du dich irgendwie geheilt? Meine Gesundheit sieht nicht gerade gut aus. Ach, das sind zwei. Ja, Spaß für die ganze Familie, besonders für die, die vielleicht tot ist, wenn sie die ganzen Medien im Gesicht bekommt. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich mich hier noch treffen lassen kann. Wahrscheinlich nur noch maximal einmal. Ja, klar. Oh, der da oben hat noch so viel Gesundheit. Nicht gut. Oh, diese verdammten ganzen Minien hier, ne? Keiner weg. Weniger Probleme. Och, klar, jetzt macht er auch noch Laser. Habe ich irgendwie Gesundheit wiederbekommen? Ich höre dieses komische Warnsignal nicht mehr. Oh, Hilfe. Okay, ja. Mit dem Gesicht voran, den Gegner entgegentreten ist nicht gerade so weit. Komm schon. Komm schon. Na geht's auch und ich habe fast keine Gesundheit mehr. Okay, hat sich das wenigstens gelohnt. 11.000 EP, das hört sich da nice an. Alter. Das war aber nicht gerade einfach. Jetzt habe ich jetzt wieder volle Gesundheit. Mal gucken, was dein Toy Story abgehen tut. Hey. How do we reach the world now? Like this? Ganz einfach, indem ich noch einen Boss umkloppen tue. Aber ich habe doch gerade jetzt einen gehabt, jetzt soll ich noch einen umkloppen? Ja, toll. Ich habe ganz vergessen, dass ich die komischen Blitzdinger hier abkomme. Ach, der hat ja wenig Gesundheit, sehe ich gerade. Der hat ja gar nichts. Was für ein Lappen. Zu viel Polythilo und kein einziger Drift, geil. Hat sich ja voll gelohnt, so eine Waffe da am Hintern kleben zu haben. Haha. Ähm... Alter, sieht das nice aus gerade. Ist das Final Fantasy 16? Okay. Okay. Không, problema. So45. Ja, ich habe das mahdoll. Okay. Oh, okay. Äh... What? What? Was ist jetzt gerade Werbung für ein echtes Spiel? Oh... Schade. Ich habe das gesehen. Entschuldigung. Aber es ist kein Zeitpunkt für die Telefon, Rex. Ich muss sagen, diese Giga ist ziemlich beeindruckend. Wirklich? Ich mag die Zora most. Odi, was gibt's? Shhh! Are they back? Shhh! All right, guys. Today we teach those masked intruders who's boss. Is everybody in position? Wait, hold on! I don't think I'm emotionally prepared! Would you calm down? Don't worry. I got you covered. It's go time. What in the world? Where are we? Hmm? Oh my gosh! Have we even shrunk? And... And... Look at us! Who know what the magic is for? We have to protect the world order! Border? I said order! Of course! Hm? Who's gonna protect the order from them? Heartless! Okay. We go on three. One. Two. Wait! What are you doing? Who are those guys? Who are those guys? Those guys... Come on! pum! Ja! We're back off! Wrap! Wrap! We go! rév Bart! Leid! Reaktion! Sind sie neu? Wait! You look familiar! I know this! You're... You're Zora! Huh? My name's Zora. Stay back. For all we know, the intruder says... Zora! Slow down there, Rex. We don't know them. But we can trust them. They're the number one selling heroes in the country. Yeah. And his mom must have bought them for him. Ham's right. Did you see how easily they took care of the intruders? I bet they're here to figure out why all our friends have gone missing. And why Buzz's laser started actually lasering. And all the weird stuff that's been going on. I mean, that's what heroes do, right? Let's not jump to conclusions. Hmm. Gotta be smart, Woody. So you're Andy's new toys? Toys? You sure did a number on those intruders. Those are the heartless. The bad guys. We've been fighting against those intruders for a while. I knew it! Hmm. Okay. Huh? In that case, you're all right by me. My name's Woody. Put her there. Hey. Now, hold on. I'm Zora. You Zora! Actually, my name's Zora. And I'm Donald. Oh, I'm Goofy. And I'm Buzz Lightyear. Call me him. It's a real honor. And I'm Rex. I'm your biggest fan. In fact, I've been playing your game for months now. And I've already gotten you all the way up to level 47. But that Bahamut boss is really tough. Slinky and I can't figure out how to beat him. Oh, I wish Slinky and the others were here. They'd be so happy to meet you. All troops and attention, sir! Huh? Uh-huh? Whee! 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 Strangers! From the outside! Ah! Welcome! They're all toys? So that's why we look the way we do. Huh? Excuse me. You said that you've battled those intruders before. Tell us where and why. Oh, well, uh, we are... Da-da! Oh! Well, you must have come from somewhere. Hmm. Take it easy, Buzz. What matters is that they got those intruders out of our way for at least a little while. No need to interrogate them. Yeah, Buzz! Woody's rape! Noted. But still. Hey, have those intruders, the Heartless, been a problem around here? No. They just showed up a little while ago. In fact, those Heartless materialized right after all of our friends up and vanished. You don't think. Well, gee, it can't just be a coincidence. Hmm. It wasn't always this lonely. One day, we woke up, and we were the only toys left here. Nobody's heard from Mom, Molly, or Andy. We keep waiting for Andy to come home. You really care about him. Yeah. He's the best friend that toys like us could ever hope to have. All right! We better start looking! Huh? Have you got any clues we can go on? Any other strange things that happened? Well? Hmm. Hmm. There's one thing. One big thing? Huge, sir! What thing? After everyone went MIA, the intruders didn't come alone. They arrived with a guy wearing a hood dressed in black, just like you. As a matter of fact, he's the only other toy we've seen outside of you three. A black hood? But that would mean... The organization! You know who it is? Yeah. They're bad news. Seems like you have a lot of enemies. We may have a hunch what's causing all the weirdness. Would you mind if we handle this? I'm sorry. But we're not gonna leave this to you. Huh? If that guy had something to do with our friends vanishing, then he's our problem too. We've got to work together. Right! So then, where can we find that guy? Sarge, any word from the recon team? The latest reports placement down, sir, at Galaxy Toys! Then Galaxy Toys is where we're going. Sora! Huh? Follow me. It's out the window and down the roof. Not so fast, cowboy. Hm? You seem pretty gung-ho about going. But shouldn't we stay here and wait for Andy? Well... You've got a point, but... We've tried waiting. Look. If we go with Sora, we might find a clue. Are you with me, Buzz? Hm. Of course. Okay. Let's move out! Come on, let's head over to the Toy Store! Peek-a-boo! Ah... Ich hab gedacht, irgendwie diese Zwischensequenz hört nie auf. Aber hey! Immerhin geht's jetzt endlich mal weiter! Und, äh... Gut. Dann, äh... Wollte ich mal sagen, holt euch mal die ganzen Schlangen aus den Stiefeln und betet die Klaue an. Denn es geht bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Oh Gott. Ich verkriech mich lieber unterm Bett für den Blödsinn, mir die Cut-Folge gegeben hab. Wirklich. Immerhin. Und. Its danke für die Stat這樣 her expectations. Die Vision...